Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Cysteria. Wir haben letzte Folge hier in Godordian den Papst gefunden, einiges anderes noch an Informationen rausbekommen. Unter anderem auch, dass wir jetzt an unterschiedlichen Orten eine Probe absolvieren müssen, wo wir ganz auf uns alleine gestellt sind. Und hier stehen wir jetzt der Feuerprobe gegenüber. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbekommen. Ich lasse den Schwierigkeitsgrad erstmal und wir gucken mal, was hier passiert. Der Schrein der Feuerprüfung. Ach, Rose ist doch dabei. Okay. Ich dachte, wir müssten das alles alleine machen, hieß es doch. Oh, wow. Oh mein Gott, ist das eine coole Ruine. Ach, du schhh. Der Stern ist unter uns auf der Ebene. Und ich muss gleich niesen. Quatsch, da komme ich gerade her. Nee, da komme ich gerade her. Ähm. Da, was? Da kann ich nicht weiter. Da bin ich reingekommen. Hier geht's weiter als einziges. Ein Feuergürteltier. Komm, wir kämpfen mal dagegen. Wir müssen sowieso leveln. Wir können nicht zurückhalten. Wir wollen in! Wir müssen doch ordentlich Schaden machen, irgendwie, hier über den Wasserschaden. Ah, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Break on through. Oh, das ist gerade. Ja, ich denke, das wird hier meine Amortisierung sein. So, denn Feuer ist hier Quatsch. Man kann schlecht... Ja, man kann Feuer mit Feuer bekämpfen, indem man es eindämmt. Scheiße, warum dann ein gefährliches Treffen? Stand doch gegenüber von dem. Och. Stimmt. ам. Breakdown! Open the floodgates! Bubble arrow! Burst! Pierce and explode! Vermilion Crescent! Here it comes! As you're assault! Vermilion Crescent! Spirit cleansing! Elixir pate! Burn! Open the floodgates! Bubble arrow! Break on through! Ocean Blitz! Break on through! Razing demon footcharts! Breakdown! As you're assault! Aim and fire! Sweet dreams! Splitting to... Shattered to lose! Burning shot! Burst! Ocean Blitz! As you're assault! What powerful art! Blue flurry! No it's day! Burbatory this is it! Saint Zero! Rain of fire! Burst! Vermilion Crescent! Trap them! Okay, ich muss mal wieder ein bisschen Energie aufgaben. Open the vermilion gates! Let's trap them! Blue flurry! Open the floodgates! Bubble arrow! As you're assault! Spirit cleansing! Elixir pate! Ocean blitz! Break on through! Vermilion rain! Hit! Breakdown! As you're assault! Ready? Prepare yourself! Jade luminescence! Blue flurry! Breakdown! Glimp over the floodgates! Bubble arrow! Ocean blitz! As you're assault! As you're assault! Blue flurry! Ocean blitz! Break on through! Blue flurry! Breakdown! Break on through! Don't push yourself, fire! Hang on, everyone! Let's do our best! Blue flurry! Let's get him! Breakdown! Blue flash! Blazing demons! Look forward! Hang on, everyone! Aim and fire! Breakdown! As you're assault! Now make it! We're surviving! Zoot! Das geht doch ganz gut, wiederkommen, wenn nicht durch. Ah, warte mal. Die Musik ist auch wieder saucool. Die Musik ist auch wieder saucool. Auf für die Protektion! Lion's Howl! Back off! Not yet! Healing power! Ah! Eyes on the pro! Throw and surge! Auf für die Protektion! Unfeatured hidden power! Not yet! Healing power! It's human! Bladefang! Earth Dragonfang! Let's do our best! Smite them all level! Eyes on the prime! Not yet! Let's do our best! I better get it together! Eyes on the prime! It's time! It's over! Let's do our best! Resilient A! Was hat er denn für ein Level? Level 31? Eyes on the prime! No escape! Not yet! Defensive manoeuvres! Musst du ja mal gucken, was wir 15 Level haben. Strike! It's over! Lion's Howl! Resilient A! Unfeatured hidden power! How's this? Offer your Protektion! Yeah! Ready? Unfeatured hidden power! Ready? No escape! It's human! What a... So, 23 sind 10 Level zu low eigentlich. Ach du Scheiße. Defensive manoeuvres! Unfeatured protection! Begone! Lord of Water! This one's tough! Don't slide on defense! Open the floodgates! Bubble Arrow! Breakdown! Azure Assault! Blue Flurry! Pierce an escape! Unleash your hidden power! Whoa! Here it come! Open the floodgates! Bubble Arrow! Burst! Let's do our best! Ocean Blitz! Azure Assault! Let's do our best! Shatter to loot! Hang on, everyone! I've got the prize! Here it come! Ocean Blitz! Let's do our best! Open the floodgates! Bubble Arrow! Blue Flash! Eyes on the prize! Sweet dreams! Open the floodgates! Bubble Arrow! Open the floodgates! Infusion! Bubble Arrow! Unleash your hidden power! Unleash your hidden power! Open the floodgates! Bubble Arrow! Ocean Blitz! Azure Assault! Spirit Cleansing! Elixir Protect! Ocean Blitz! Azure Assault! Unleash your hidden power! Aim and fire! Ocean Blitz! Infusion! Azure Assault! Not yet! Right on! Sweet dreams! Burst! Azure Assault! Saint Zero! Blue Flurry! Ocean Blitz! Break on through! Blue Flurry! Break down! Hang on, everyone! Blue Flurry! Put power more around! Let's get him! Eyes on the prize! Blue Flurry! Break down! Let's do our best! Blue Flurry! Ocean Blitz! Break on through! Burst! Ocean Blitz! Let's do our best! Burst! Ocean Blitz! Do our best! Die haben wir auch gleich. Eyes on the prize! Go! Blue Flurry! Break down! Break on through! Open the floodgates! Bubble Arrow! Let's do our best! Open the floodgates! Bubble Arrow! Ocean Blitz! Okay, hier geht's auch ein theoretisch weiter durch. Okay, hier geht's auch ein theoretisch weiter durch. Das ist nur die Frage, wie weit, ne? Keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat. Jetzt die Türen offen, die kann ich nicht nutzen. Aus der hier komme ich. Oh, so we can't just step around them. This isn't over! Don't push yourself, Lila! I won't lose! I won't lose! Whoa! Healing power! Stumbag! Lion's power! Back off! Now you've done it! Back off! Die! Keine Ahnung, was uns das? You alright, Mikleo? Ja, ich vermute fast, die nächsten Folgen werden erstmal viel kämpfen müssen. Boah. Die sind zu stark für uns. Puh. Oh, shit. Nee, also Leute, ich muss ganz dringend mal irgendwie leveln. Aber hier geht's nach unten, ne? Wir müssen ja nach unten. Ne, kein Pfirsichgummi. Ich wollte... Ich wollte den Apfelgummi nehmen. Warum hab ich denn keine Apfelgummis mehr? Surge! Orb weavers are among stronger spider hellenies. Be careful of its merciless consecutive attacks. I can't lose! Multiple current! I need a hand! Lion towel! Release my spirit! Fight my enemy! Whoa! Lord of water! What powerful art! Saint's arrow! Here it goes! Vermillion assault! Pillars of life! Open the front gates! Bubble arrow! Break on through! Break through! Spirit cleansing! Elixir misset! Here it comes! Unleash your head! Blue furry! Break down! Azure assault! Blue flash! Saint's arrow! Break down! Ooh! Glimmer dragon! Azure assault! Oh, my knees! Break down! Blue flash! Don't push yourself, Lila! Hang on, everyone! Aim and fire! Break down! This is bad. Watch your health! Open the front gates! Release my spirit! Azure assault! Azur assault! This one stops! Don't slack on defense! Water should work! Let's go! Break on through! Open the front gates! Open the front gates! Bubble arrow! Break down! Break down! Release my spirit! Azur assault! Azur assault! To me, burn away! Blue flurry! Molten wall! Ocean blitz! Burst! Burst! Break down! Break on through! Now I'm kind of spirit cleansing on the last mission members. Break down! Break down! All right! Break down! Not half fast! Burst! Ocean blitz! Open the front gates! Bubble arrow! Burst! Ocean blitz! Splendid job, Saray! Puh! Langsam wird das aber heftig hier. Naja, es ist ja auch eine Prüfung, ne? Da muss ich schon auch ein bisschen ranklotzen müssen. Hm. Muss ich den in einer gewissen Reihenfolge anzünden? Ja. Wir sind aber anscheinend immer noch nie auf der richtigen Etage. Ne, wir müssen noch weiter nach unten. Ne, wir müssen noch weiter nach unten. Ich werde aber mal schnell speichern. Das Symbol für diesen Ort. Oh Gott! Wir müssen wahrscheinlich jetzt irgendwie da oben rauf. Und da das Feuer entzünden. Aber wie kommen wir da rauf? Hm. Andere Seite ist eine Tür, die können wir aber auch nicht nutzen. Da sind überall Türen. Was ist mit dem hier? Was kann ich hier machen? Kann ich hier überhaupt was machen? Pergament und Drachenschwanz. Hm. Damit kann ich nichts machen. Muss ich vielleicht diese anderen Dinger da noch aktivieren? Ha. Als erstes gehen wir mal hier weiter. Oh shit, das kann ich grad nicht amortisieren. Wie ist das? Ja. 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 Ach. Bunu Aí. Ja. Ach. Ach. Ja. 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 Das kriegen wir auch ohnehin. Ja. Da reden sie auch ohnehin. Ja. 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 Boah, ich mach den halt echt kaum Schaden, ne? Anfällig für Artis. Schwäche, ja, Wasser, das dachte ich mir. Ich mach den jetzt halt auch mit Wasser fertig. Ja, viel Aussagen tut er wirklich nicht. Ja, begon! Smite the malevolence. Flow and Surge. Resilient aim. Flow and Surge, Flow and Surge. Flow and Surge. Flow and Surge, flow and Surge. That did it. Sound like rock. Flow and Surge, Flow and Surge. I need a hand. Smite the malevolence. Let's do our best. Resilient aim. Will gegen so ein Vieh ich nicht meine Artis und meine Aufladung verwenden? Flow and Surge, Flow and Surge, Flow and Surge. Flow and Surge, Flow and Surge. Lion's Howl. Flow and Surge. Ja. Ja, ich fürchte fast, dass die nächsten Folgen für euch zum Zuschauen ein wenig, äh, sich ziehen werden. Ja, komm, den bekämpfen wir noch. We cannot avoid this battle. Multiple current, begone! Burning strike! Mind my enemy! Strike! Ja, howling daily! Take this! Ja, for the full force! Take this! Ja, for the full force! Multiple current! Bang blade! The melee three! It's time! Howling blade! Full tempest! Ja, hurry! Go, ja! Ja! Oh, nein, Leila! Oh, shit. Oh, shit. Flow and Surge, Flow and Surge, Flow and Surge, Flow and Surge, Flow and Surge! Prepare yourself! Change luminescence! Flu and Surge! Gather and grant me protection! How for your protection! Ready? Strike! Barrier! I can't do it! All together! Purity, come forth! Sonic, that didn't make me up! Scheiße. Oh, shit. Stimmt, wir können ja amortisieren, den Mutrii-Tun. Das können wir nur zum uns zu retten. Bubble Arrow! Blue Flurry! Ocean Blitz! As your assault! Burst! Breakdown! As your assault! Burst! Breakdown! Now's my chance! And now, be careful! In you! Blue Flurry! Ocean Blitz! Now's my chance! Look how I'm going! Burst! Breakdown! So, we're going through! Breakdown! Break on through! Burst! Burst! Blue Flash! Oh, shit. Wenn mir irgendwas gerade unterbricht, ne? So, dann können wir uns jetzt hier mal noch gerade die beiden Truhen unter den Nagel reißen. Tja, ich glaube, das wird noch ein harter Kampf, ihr Lieben. Gut, ich würde dann sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Es wird dann jetzt tatsächlich wohl bis zum nächsten Storypart ein bisschen länger dauern, wenn ich, äh, weil ich will ja eigentlich auf normal weiterspielen. Dann zieht sich das halt ein bisschen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns auch morgen wieder. Von daher, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.